Ja, einfach eine Aktion, die gar nicht geht. Und auch die nächste, die ist jetzt wieder sportlich, aber auch sowas macht man. 26. Spieltag in der 1. Argentinischen Liga, nach Spielzeit. Da geht Juan Fernando Quintero den Schiri an. Der lässt kurz den Elbogen zucken und dann, ja der Silver Plate-Spieler denkt über eine Schwalbe nach und schubst dann aber einfach unfair zurück. Da wird der Juan Fernando zum Quinteria und bekommt zu Recht die Quintum, die rote Karte. Hätte er sich mal besser fallen lassen, dafür hätte es nur Gelb gegeben.